Musik Hallo und guten Morgen Freunde der Lecher Trangier, ich grüße euch. Musik Jedes Mal, wenn man von Fremdenlegion spricht, spricht man auch von den Aufnahmetests. Das ist meistens verbunden mit Muckis, mit Klimmzügen, mit Liegestützen und mit Sit-Ups. Dass es aber in der Fremdenlegion auch andere Tests gibt, sportiver Art. Das wissen die wenigsten. Man kann es erahnen, wenn man die Clips ansieht, auch meine Clips. Musik Ich rede vom Rennen, vom Laufen, vom Legionsschritt. Laufen oder Marschieren in der Fremdenlegion, das ist Kultur. Und die ist so alt wie die Fremdenlegion. Und die besteht seit 1831. Gewaltmärsche werden in der Legion gepflegt und gehegt. Doch nun sprechen wir doch mal von diesem famosen Legionsschritt und den anderen Tests, von denen man kaum spricht. Gehen wir mal rein ins Dösem Regime Oedrangiere Paraschutist. Zu den Fallschirmjägern, also der Fremdenlegion. Dort gibt es zunächst den Test TAP. Und der besteht aus einem Lauf, aus einem Doppellauf. Zunächst mal die 1500 Meter. Und die müssen gelaufen werden in neun Minuten. Mit Helm, Rucksack, Koppeltragehilfe, Waffe in der Armbeuge und im Kampfanzug. Wir Legionäre machen das in sieben Minuten. Unmittelbar darauf, das heißt nicht mal fünf Minuten später, folgt der Wheat Mill TAP. Das ist ein 8 Kilometer Lauf mit eben der gleichen Ausrüstung. Ich spreche von voller Kriegsmontur. Und dieser 8 Kilometer Lauf sollte normalerweise in einer Stunde vollbracht werden. Denn wir machen den, ja, in unseren Bestzeiten in 43 Minuten. Immer noch mit Helm, Waffe, Kampfanzug, Rucksack und alles was dazu gehört. Bei diesen kleinen Distanzen, das sind kleine Distanzen, 1,5 Kilometer und 8 Kilometer, wird der Legionssprit, wie einige Einheiten, die ihn anwenden, nicht angewandt. Aber, wenn es da reingeht, bei Karrierelehrgängen, wie zum Beispiel das CM1, der Unteroffizierslehrgang, dort muss man nämlich die 15 Kilometer TAP machen. Das heißt, 15 Kilometer Lauf-Gewaltmarsch. Und dort wird er angewandt, der famose Legionssprit. Das heißt, 100 Doppelschritte normal laufen, gefolgt von 50 Doppelschritt im Laufschritt. Man kann da gut variieren. Man kann machen 100, 100, 50, 50 oder 50, 100. 100 Meter rennen, was das Zeug hält und dann zurückverfallen in einen ganz normalen Marsch. Wieder anders sieht die Sache aus, wenn die Besten unserer Besten trainieren oder zum Test antreten. Ich spreche vom Test Krab, heute GCP, das sind die Gruppen und Kommando Parachutist. Und die müssen nämlich einen 30 Kilometer Gewaltmarsch, 30 Kilometer Gewaltmarsch absolvieren. Und zwar eben in Kriegsmontur und das Ganze in 4 Stunden. Die Männer unserer GCP machen das ganz locker und flockig. In 3 Stunden, 30 Kilometer laufen im Legionssprit. 100, 100, 100, 100 oder eben 150 oder 50, 50. Bei den längeren Gewaltmärschen gibt es einige Dinge zu beachten, nämlich in der Vorbereitung. Das heißt, mal in die Stiefel pissen und den Urin das Leder weich machen lassen. Das klappt tatsächlich. Viele von uns laufen ohne Strümpfe, ohne Socken, damit sich das Leder sauber an die Füße anschmiegen kann. Die Zehen vorne werden abgetapet, damit keine Blasen entstehen. Und der Laufrhythmus über ganz lange Distanzen ist 50 Minuten Lauf oder Rennen, 10 Minuten Pause. Das kann variiert werden. Runtergeschraubt auf 55 und 5. Je nachdem, welches Ziel in welcher Zeit erreicht werden muss. Wenn die Fremdenlegion zu einem Gewaltmarsch antritt, meist machen wir das in Afrika, dann gibt es einige Details, die man rigoros anwendet oder verfolgt oder durchführt. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass der Legionärschritt eben auf Ebene, auf flachem Gelände angewöhnt wird, 1 zu 1. Wenn es bergab geht, wird immer gerannt, immer Laufschritt. Wenn es bergauf geht, wird immer stramm marschiert. Die 15 Kilometer Läufe bei dem Unteroffizierslehrgang, ich habe selbst 12 Stück davon absolviert. Jedes Mal ist nach so einem Lauf der Rücken offen. Das Duschen macht nicht unbedingt Spaß. Diese 15 Kilometer mit vollem Gepäck, mit Kriegsmontur, mit Waffe und Helm auf der Nuss, das legen wir zurück in 1 Stunde und 25 Minuten. Und das sind schon Zeiten, wo man sagen kann, Hut ab Kameraden. Das Laufen oder Rennen in voller Kriegsmontur nicht unbedingt Spaß macht. Vor allem nicht mit diesen Legionären. Das haben auch die Navy Seals im Jahr 1986 mitbekommen, als wir nämlich bei den Seals waren, Manöver mit ihnen durchführten und mit ihnen trainierten. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir früh antraten zum 10 Kilometer Run, Legions Run. Wir hatten die Navy Seals dazu eingeladen. Ja, was soll ich sagen, nach 5, 6 Kilometern war von den Navy Seals nichts mehr zu sehen. Denen ist wohl unterwegs beim Laufen eingefallen, dass doch was ganz anderes auf dem Terminkalender stand. Liebe Abonnenten, liebe Freunde, Kameraden der Leschmontranger, Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald wieder. Amitier Legionär, euer Thomas Gast.